Hallo zusammen, heute mal ein kurzer Tipp zum Seelengewinnen und zwar stelle konfrontative Fragen. Das ist mir sehr bewusst geworden vor einiger Zeit, da hatte ich jemandem das Evangelium erklärt von vorne bis hinten und ich hatte den Eindruck eigentlich, dass die Person alles verstanden hat. Dann habe ich zum Schluss aber gefragt, und das war eben die konfrontative Frage, was wäre, wenn du heute einen Mord begehen würdest? Würdest du deine Errettung wieder verlieren? Würde dir Jesus das ewige Leben wieder wegnehmen? Aber die Person meinte, ja, aber Mord ist doch eine Todsünde. Also die Person hatte im Kopf diese Vorstellung, diese katholische Vorstellung, dass es Sünden gibt, für die man direkt seine Errettung verliert und zur Hölle kommt. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass sie das Evangelium nicht wirklich verstanden hat. Denn wer das Evangelium wirklich verstanden hat, der weiß, dass ewiges Leben ewiges Leben ist. Jesus sagt, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ewiges Leben bedeutet ewiges Leben, es hat kein Ende. Und ewiges Leben ist ein Geschenk. Die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also ewiges Leben ist ein Geschenk. Es hängt nicht davon ab, wie gut du bist oder wie schlecht du bist. Und dementsprechend hängt es auch nicht davon ab, was für Sünden du tust oder unterlässt, nachdem du gerettet bist. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, sagt die Bibel. Nicht vielleicht, irgendwann, sondern du hast jetzt schon ewiges Leben. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, dass man sogar einen Mord begehen könnte, rein theoretisch, und immer noch gerettet wäre. Und gerade deswegen gibt uns die Bibel so Beispiele wie Mose oder Davids, die beiden Mörder waren, aber trotzdem im Himmel sind, die trotzdem gerettet sind. Und nicht nur das, sondern die sogar große Propheten waren. Und mir ist das so bewusst geworden, wie wichtig das ist, konfrontative Fragen zu stellen. Denn ich wäre niemals darauf gekommen, dass diese Person das Evangelium doch nicht verstanden hat, wenn ich diese Frage nicht gestellt hätte. Weil ich dachte, sie hätte alles verstanden, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Und das habe ich durch so eine Frage herausgefunden. Und es kann etwas schwierig sein, solche Fragen zu stellen, weil es, wie gesagt, konfrontativ ist. Also man weiß nicht, wie die Person darauf reagieren wird. Aber es ist dennoch notwendig und letzten Endes wirklich im Interesse der Person selbst. Denn wer nicht glaubt, dass ewiges Leben ewig ist, wer nicht glaubt an die ewige Heilsicherheit, der ist nicht gerettet. Wenn es von dir abhinge, wie du leben würdest, nachdem du gerettet bist, was du für Sünden tun oder lassen würdest, dann hängt deine Errettung immer noch von dir selbst ab. Dann vertraust du immer noch auf dich selbst, um in den Himmel zu kommen. Aber die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 8-9, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Es ist Gottes Gabe, es ist nicht aus Werken. Du kannst weder etwas Gutes tun, um deine Errettung zu behalten, noch kannst du etwas Schlechtes tun, um sie zu verlieren. Einmal gerettet ist immer gerettet, und zwar komme, was wolle, und das meine ich wortwörtlich. Komme, was wolle. Und ich kann dich nur ermutigen, im Gespräch mit Personen wirklich konfrontative Fragen zu stellen und nicht davon zurückzuschrecken. Das heißt nicht, dass du die Person anschreien sollst, oder absichtlich irgendwie unfreundlich sein sollst. Sondern, wie gesagt, es ist im Interesse der Person selbst, dass du wirklich versuchst, auf den Grund zu gehen, was sie glaubt. Wie immer hoffe ich, ich konnte dir mit dem Video helfen, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gottes Segen, bis ein andermal. Tschüss!